Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kartoffelsalat mit selbstgemachter Mayonnaise. Der Kartoffelsalat mit selbstgemachter Mayonnaise ist ein Rezept der Oma der Verfassers, was eigentlich immer jedem gut geschmeckt hat. Es dient vor allem beim Grillen als eine leckere Beilage. Die genaue Herkunft des Rezeptes kann ich nicht beschreiben, da dies ein Rezept ist, was von Generation zu Generation weitergeben wurde. Für acht Personen werden folgende Zutaten benötigt. 10 bis 15 festkochende Kartoffeln Halbe Glas Cornichons Halbe Ring Fleischwurst Halbe bis drei-vier Flasche Rapsöl Ein Eigelb Ein Esslöffel Senf mittelscharf Prise Salz nach Geschmack Prise frisch gemahlener Pfeffer nach Geschmack Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Große Salatschüssel Schneidebrett Gut schneidenes Messer Zubereitung Als erstes die Kartoffeln kochen. In der Kochzeit kann man beginnen die Fleischwurst und Cornichons in kleine Würfel oder Scheiben zu schneiden, je nach Vorliebe. Ich empfehle jedoch sie in Würfel zu schneiden. Die geschnittenen Cornichons sowie Kartoffeln in die Salatschüssel geben. Die Kartoffeln gut abkühlen lassen und in Scheiben schneiden. Nach dem Abkühlen zu den anderen Zutaten in die Schüssel geben. In der Zwischenzeit kann man beginnen die Mayonnaise herzustellen. Dazu gibt man in einen tiefen Teller einen Esslöffel Senf, eine Prise Salz und Pfeffer, sowie ein Eigelb. Diese Zutaten vermengt man und gibt dazu einen Schuss Öl und rührt es zu einer glatten Masse. Ich würde empfehlen mit einer Gabel im Teller zu rühren, da ein Handrührgerät zu viel Dreck verursachen würde. Diesen Vorgang wiederholt man so lange, bis der Teller fast bis zum Tellerrand mit Mayonnaise gefüllt ist. Nun kann man die Mayonnaise in die Salatschüssel geben und servieren. Als Beilagen eignen sich Ideal als Beilage zum Grillfleisch Diese Varianten gibt es. Je nach Geschmack kann man noch weitere Zutaten dazu geben. Da kommt es auf die Fantasie an. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung 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 Zubereitung